ich habe wollen wir jetzt so machen genau hier neben die droppen die ich glaube doch auch guck mal ich habe eine toten grieber immer ein bildschirm ist aus es gäbe ich mal kurz nicht warum wolltest du bearbeiten warte sagt die wahl hast du schon mal gescannt sagt die wahrheit was hast du schon mal gescannt so darum steht in meinen kommentaren dass du gescannt hast ja egal digga weißt du zehnmaler ist nichts ist nichts nimm einfach was egal nimm doch was ja sie gibt es einfach sieben malachie ist nichts du brauchst zehn das ist nichts digga 10 ist kein nichts gar kein mann er wird also keine waffen wird ich nehme so was ich an die können dupliziert werden ja lassen wir wirklich schäden was gibt es nur für eine nur für eine trommelwirbel oder warte gibt mir mal das mal wieder ich gebe doch dein silber wieder ok dann mache ich sieben mal oder ich mache einfach zehn und die trommelwirbel was gibt es dafür 2 80 für die ok ja ja mach ich springe auch ja ja das wirklich 10 ich kann die stream schicken nein leider nicht ich kann dir osterwerfer geben 82 mit energie 2 mit osterwerfer geben ja die steht mit 180 ach so k formation ich kann mich einfach mal Was ist das? Ja. Ich mache später, also vielleicht so eine halbe Stunde, mache ich ein Video. Also, live. Ich? Ja, okay, komm. Auf Ehre. Ey, Digga, endlich aktiver habe ich wirklich gebraucht. Wollen wir jetzt wirklich, wollen wir jetzt die Totengräber jetzt schäden oder nicht? Weil ich brauche Totengräber für Dings, äh, abo Tränen und so. Weil die wollen immer Totengräber, immer Totengräber, Digga. Ja. Warte, warst du fünf? Das sind zehn. Fünf. Spring auf. Jaja, Junge, dann gehen auch meine Waffen weg. Digga, ich werde es direkt posten, direkt. Da.